Ich möchte ein zweites Thema vorstellen. Da geht es um die weltweite Vernetzung innerhalb der Otto-Gruppe. Sie sehen es dort oben rechts. Ich habe sie auch auf meinem Smartphone. Das ist die Otto-Gruppe-To-Go-App. Das ist eine Kommunikations-App, die vernetzt, wo Informationen ausgetauscht werden, aber nicht nur Informationen ausgetauscht werden. Wir können die auch beispielsweise bei Veranstaltungen für die gesamte Organisation benutzen. Weltweit benutzen wir sie. Wir haben sie gerade kürzlich für ein weltweites Meet-to-Lead, das Management-Meeting der Otto-Gruppe, vermannt. Aber ich kann dort auch Experten beispielsweise suchen oder ich kann mich auch zu ganz praktischen Themen vernetzen. So etwas ganz Einfaches wie, wir haben eine große Veranstaltung und wir haben viele Essensreste, aber die will man nicht wegwerfen. Und da kann man einfach über die Otto-Gruppe-App einfach Leute auch ansprechen, wer braucht hier noch Essen für zu Hause, mitnehmen für Gruppen oder, 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 damit wir nicht unnötig Lebensmittel vernichten.